Hallo und guten Morgen aus der Provinz Nordholland in den Niederlanden. Wir sind gestern gewechselt nach Horn. Wieder ein kleines niedliches Städtchen mit einem schönen Hafen, mit einer schönen Altstadt. Habe ich zumindest gelesen, müssen wir gucken. Aber genau da laufen wir heute rum, in Horn. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin Sebastian on Tour und hier auf diesem Kanal geht es um die schönste Zeit des Jahres, um den Urlaub. Das heißt Reiseinspirationen, Tipps und Tricks für deinen nächsten Urlaub, Empfehlungen fürs Zielgebiet, zum Beispiel für Ausflüge und Restaurants und manchmal auch einfach nur echtes Urlaubsfeeling. Wenn du zukünftig dabei sein willst, musst du nichts weiter tun, als diesen Kanal zu abonnieren. Und idealerweise solltest du dann auch die Benachrichtigung einschalten. Das machst du mit dem kleinen Glöckchen neben dem Abonnieren-Button. Und wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos von dieser Tour anzuschauen, dann findest du die Links zu den Videos wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn du Lust hast, dann findest du mit dem Abonnieren-Button, dann findest du mit dem Abonnieren-Button. Wir sind ein Lieber, dass Sie da kommen. Ja, wir sind ein Lieber, dass Sie da kommen. Ja, wir sind Conten. Musik 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 Hallo und guten Morgen aus der Pufvins Nordholland in den Niederlanden. Wir haben Tag 4 unserer Wohnmobilrundreise durch die Niederlande und wir haben jetzt den 1. September. Wir haben Horn jetzt schon verlassen auf dem Weg nach Olkmar. Heute ist wieder Transfertag, das heißt heute ganz entspannt und morgen erkunden wir dann Olkmar. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich auch heute wieder begleitest. Musik 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 So, das war der Transfertag. Wir sind jetzt in Olkmar. Dieses Städtchen werden wir morgen auch genauer erkunden. Wir sind jetzt eben schon mal ein bisschen reingelaufen. Sehr niedlich, haben Abend gegessen, sind jetzt wieder zurück am Platz. Jetzt geht es gleich schlafen. Heute war das Wetter nicht ganz so doll. Es hat zum Ende des Tages ein bisschen aufgerissen, war ansonsten aber relativ regnerisch. Für morgen ist gutes Wetter vorausgesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das Wetter sich an die Vorhersage hält. Das wäre sehr wünschenswert an der Stelle. Morgen, wie gesagt, geht es dann nach Olkmar. Ich hoffe auf jeden Fall erstmal, dass dir das Video von heute gefallen hat. Und wenn das so sein sollte, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann gibst du mir bitte einen Daumen nach oben dafür. Wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos von dieser Tour anzuschauen, dann findest du die Links zu den Videos wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn du Lust hast, mich auch zukünftig auf meinen Reisen zu begleiten, dann solltest du diesen Kanal abonnieren und dann auch gleich die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und dann sehen wir uns morgen in Olkmar. Gute Nacht. Gute Nacht.